Kommen bei Discard Game! Heute spielt Jebote Marco um seine hart erschwitzten Weekend League Belohnungen. Schafft er es alle seine Packs zu behalten oder muss er mehrere Packs abstoßen? Du hast einen Joker, den du mit Bedacht einsetzen kannst, um dein Pack behalten zu können. Aktivierst du ihn, erwartet dich eine weitere Challenge. Der große Kampf jetzt bei Discard Game! Begrüßen Sie gemeinsam mit mir, Jebote Marco! Dankeschön, Dankeschön! Je, Bracos, was geht ab und willkommen zu meiner neuen Show! Wie der Name schon verrät, stehen heute meine hart erschwitzten WL-Belohnungen auf dem Spiel. Sollte ich eine Challenge verlieren, wird das gesamte Pack abgestoßen. Bracos, lasst auf jeden Fall 100 Likes da für die nächste Folge Discard Games. Ich würde sagen, wir sind ready. Big Mike, was ist die erste Challenge? Hau raus, Bruder! Marco, wir kommen zu deiner ersten Aufgabe, Beer Pong. Du musst innerhalb einer Minute und drei Sekunden den Ball in drei Becher treffen und sie austrinken. Der Ball muss mindestens einmal die Tischplatte berühren. Viel Glück! Ich würde sagen, auf geht's zur ersten Challenge. Ich habe keinen Bock, meine roten Player Picks abzustoßen, Mann. Du, Treffen ist schon schwer genug. Gibt's euch auch noch hier extra, Alter? Was ist denn da drinnen? Das Spiel startet in drei, zwei, eins. Let's go, Baby. Oh, echt? Nein! Abo, fuck! Ey, nein! Eins! Ich schluck auf meine Mutter, die ich mir hab die reingemacht. Abo, fuck! Abo, fuck! Abo! Abo! Abo, da ist zu viel Wasser drin, ey! Nein! 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 Komm, Junge! Meine Mutter! Ey, das ist unmöglich! Unmöglich! Ich fahre alles! Ja! Ich schluck auf meine Mutter, ich schluck auf meine Mutter. Ich schluck auf meine Mutter, ich schluck auf meine Mutter. Oh, Jungs! Nein! Nein! Wie viel Zeit hab ich noch? Oh! Noch 25 Sekunden. Macht doch! Ja! Ich schluck auf! Ja! Ich schluck auf meine Mutter! Ja! Ich schluck auf meine Mutter! wir sind bei den player picks und die hat gerade gesehen ich bin gerade ertrunken aber ich habe mir meinen ersten player pick gesichert den ich behalten darf ich hoffe wir ziehen was krasses wir müssen hier dazu sagen ich habe mir die picks aufgespart extra für dieses format hier war noch neymar im team of the week ok latans folgt mir gerne auch auf twitch ja da streame ich die ganze scheiße live diese weekend die mir den kopf kaputt macht für diese packs wir gehen jetzt rein let's go 3 2 1 neymar baby kommen wir dürfen nicht behalten david es geht jetzt um das nächste big mike hau die nächste challenge raus wie jetzt kopf oder zahl also jetzt jetzt ich bin gerade letzte runde bin ich einfach fast ertrunken und jetzt entscheidet eine scheiß münze ob ich mein pack behalten darf oder was genau so sieht es aus wenn jetzt neymar drin ist und ich abstoßen muss dann heule ich aber wirklich ich nehme kopf ein Münze hoch einfach oh mein gott 3 2 1 ich weiß nicht was das ihr guckt zuerst die kamera ok jetzt gucke ich oh mein gott ich habe kopf gesagt ne neiiiin scheiße mann so ein scheiß so ein scheiß scheißspiel schreibt spiel in die kommentare jebotter bitte ok bratkus wir gehen rein ins nächste player pick das pack muss abgestoßen werden oh gut bin ich zufrieden kann man abstoßen ich benutze bestimmt nicht meinen joker ich benutze ihn nicht rein 0 die nehmen wir einfach mit so ein ding ist das so bratanz ich stoße die ganze scheiße ab und weg damit bratanz wäre jetzt mies aufwendig mit spc im spc wenn ihr es unbedingt wollt und mir nicht vertraut dann können wir das gerne einführen und schreibt es in die kommentare ob wir immer spc machen müssen weil wir müssen die ganze zeit hin und herren kamera hier kamera da ist echt aufwendiges video also lasst ein like und abo da für die nächste folge und ciao mein bruder ja und nicht mehr anzeigen denn das wird noch öfter passieren tschüss oh mann alter ok der hat nicht so gejuckt babe Mike hau die nächste aufgabe raus ich bin gespannt ok auf jeden fall auf jeden fall liverpool basel keine ahnung dicker wo war er noch äh rb r äh salzburg eventuell salzburg fuck wo war der wichser man wo war moment salat er war nicht bei bayern ey wie behindert bin ich ich bin eigentlich im fußball so gut city laster city ähm menschen united ich dachte ich habe eigentlich ein 3er im von pack aber irgendwie war es in der wl anscheinend nicht dabei deshalb ziehen wir jetzt drei packs in der nächsten runde diese drei packs und im finale ist dann 50k und 100k pack was entscheidet ob es abstoßen muss ok 25.000er packs wir gehen rein drei stück die darf ich alle behalten männer wünsche mir trotzdem glück mach kein auge come on baby come on baby come on baby come on Baby. Okay, da geht gar nichts hoch. Das ist für den Arsch. Das ist komplett für den Arsch, ja. Nächstes Pack, let's go! Oh, Junge, Alter. Und dann bestimmt die nächsten Challenge werde ich verlieren und abstoßen nicht. Heimisch, Prinzessin. Oh, shit, Becker. Okay, da drige ich auch noch drin und da bin ich fertig. Kenn doch mal was jetzt hier. Ich darf's doch behalten, du. Ey, ab nächster Woche wird's dann ganz krass. Ich versuche jetzt richtig, die WL zu schwitzen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann geht's richtig ab. So, let's go. Nächstes Pack. Ja, es geht hoch. Ah, Spanien. Z.I.V. Wer ist das? Oh, so ein Workout. Laporte. Nehmen wir mit. Cool, cool, cool. Ich habe nicht gesehen, dass es ein Workout ist. Ein Workout war drinnen. Ja, nächste Woche wird krank geschwitzt und dann sind auch geile Packs dabei. Big Mike, hau den nächsten Challenge raus, man. Ich bin ready. Der Arno. Marco, rufe eine beliebige Person an. Sollte die Person ans Telefon gehen, hast du das Spiel verloren. Geht die Mailbox an, hast du gewonnen. Geil, 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 geil. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe einen Bruder schon im Kopf. Lass mal machen. Es ist eine coole Aufgabe. Okay, Freunde, ich brauche jetzt einen Bruder, der nie rangeht. Ja, ich kenne ihn seit 15 Jahren und ohne Spaß, ich glaube, er ist vielleicht einmal in sein Leben direkt ans Handy gegangen. Er schreibt dann immer auf WhatsApp, was ist los. Wenn du heute rangehst, Junge, nach 15 Jahren. Junge, dein Kurats ist in meinem... Okay, nee, das ist ein falscher Feld, der ist nicht in meinem Arsch. Du wirst auf jeden Fall sehen, mein Bruder, okay? Wir rufen Frankito Bratte an. Ich bin gespannt. Bitte geh nicht ran. Es geht um Packs. Geh nicht ran, Junge. Ich bin gerade so gespannt, was die Mailbox angeht. Willkommen bei O2. Danke, du Schwanz. Du wirst dich nie erinnern. Und das ist heute gut gewesen. Du wirst dich nie erinnern. Ich hätte jetzt ermordet werden können. Jeffrey Dahmer hätte meinen Schwanz gegessen. Und du wärst nicht krankig aus mir zu essen. Aber gut, heute bin ich stolz auf dich. Genau solche Freunde brauchen wir. Like für Frank und Anna. So viel ist das. Danke. Danke, mein Bruder. Wir gehen rüber zu den Packs. Let's go. So, Bratte. Ich wollte gerade die Packs ziehen. Ein paar Sekunden später. Ja, ein paar Sekunden später. Ich zeige euch mal. Franko hat direkt geschrieben. In Arbeiten, was ist los? Ah, da schreiben wir mal zurück. Nix. Ich liebe dich. Oh, direkt blau. Ich dich auch, Bratte. Das ist doch süß. Guck mal, er wusste irgendwie, dass ich Videodrehung safe, safe. So süß war er noch nie. Sonst würde er jetzt Paddel schreiben, Homosexueller, sowas. Wisst ihr, was ich meine? So, schicken wir mal ein Herz zurück. Ja, kleiner Penis. So, Freunde. Wir gehen rein in die nächsten drei Packs. Diese Packs werden wir öffnen und für das Finale, für das Finalspiel, haben wir ein 50k Pack, 100k und diese restlichen Packs. Warum? Weil ich Eier hab, okay? Da ist so das letzte Spiel entscheidend, ob ich alle Spiele abstoßen muss oder ob ich sie behalten darf. Wir gehen rein so. Bratkos, bei den Packs hatten wir leider technische Probleme und die Spielaufnahmen wurden nicht mit aufgenommen. Aber ihr habt hier meine Reaction mit dabei. Jetzt gönn doch mal Oma ein bisschen, wenn ich sie schon behalten darf. Mann, ey, das macht so ein schwarzes Format. Gönn! Gönn! Ja, ihr Bräune, er läuft. Hazard. Ja, Schwanz mit Käse. Wir gehen in die letzte Challenge. Big Mike, hau raus, mein Bruder! Der Löffel. Marco erratet 3 von 5 Zutaten und du gewinnst das Spiel. Viel Glück. Das ist so schwer, ich hab Bock drauf. Auf dem Löffel befinden sich Käse, Jalapeños, Hummus, Mandarine und ein Apfel. Er muss mindestens 3 Zutaten erraten. Bratanz, auf geht's in die letzte Challenge. Mensch, ihr wisst, es geht um so viele Packs, da könnte was krasses kommen, ja? Ey, gib mir Glück und gib mir jetzt meine Geschmackssinne, sollen ich hier natürlich überzeugen. Die Augen zu und nehme es in den Mund, no homo. Wer schlau hätte ich Wasser, halt, davor ein bisschen gespült. Leg die Schüssel bitte auf den Boden. Runter, bei Gisla runter. 3, 2, 1, ich mach Augen zu immer noch. Wir gehen rein. Ich schlafe den Heimer, das kommt. Ach du, Kacke. Zwiebel. Kidneybohne. Scheiße, ich hab schon die Hälfte runtergeschlafen. Orange, Mandarine. Faktisch. Apfel. Apfel. Was ist da so scharf? Alapeno vielleicht? Tomatenmark? Ich hab's runtergeschluckt. Ich weiß nicht, man kann nur raten. Ich kann einfach... Was ist so scharf? Aber Zwiebel, hab ich gesagt. Irgendwann oder so? Ich hab noch 13 Sekunden. Ja, Mandarine war auf jeden Fall ne Apfel. Mandarine, Zwiebel. Fuck. Ich weiß nicht mehr, Banane? Probein. Ich weiß nicht, ob ich gewonnen hab. Keine Ahnung. Big Mike, hab ich 3 von 5 geschafft? Du hast gewonnen. Yeah! Let's go, baby! Wir dürfen alle Packs behalten. Das war das Humus, war das... Ey, ich bin nicht auf Humus gekommen oder... Zwiebel war nicht drin, das hatte ich angefühlt wie ne Zwiebel. Hm, wir gehen rein in die Packs. Let's hauen. Okay, Bratanz, ihr habt gesehen, wir dürfen die Packs behalten. Gönnt mal ein bisschen, Bruder. Woo! Let's go! Es wird wahrscheinlich so sein, wenn ich abstoßen muss, muss ich... Ah, jetzt zieh ich Cristiano, zieh ich Ginola, zieh alle. Lampen gehen hoch, come on. Das ist ein Workout. RV. Na was? Okay, 83er, nehmen wir Müll. Ja, Lampen gehen hoch, Lampen gehen hoch. Come on, baby. Schon wieder Spanien. Alter, Unai, Simon, warum denn nur Spanien, Junge? Komm, Junge, du bist es. Ich hab's in Mourinho, ja, ja, ja. Let's go, schon wieder Spanien. Das ist ne Verarschung, Digga. Chorizo im Arsch, Junge. Und der Paul, oh ja, okay, 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 okay. Das war gut, High-Rate. Big Mike, Bro, legt doch kein Auge, ja. Die gehen rein, nix, Pack. Ja, oh, Workout, das ist ein Workout. Deutschland, ZM, Kuss. 88er, nehmen wir mit. Und dürfen wir behalten, Digga, so ein Ding ist das hier. Bote. Lampe geht wieder hoch. Italien, ZTV, und es ist Bastoni Bastardos de Marcos. 50k, babe. Nein, mein Akkus leer. Fuck. Nein. Schon wieder Spanien. Pick hier, Junge, hier läuft ja alles schief. Einfach Akku leer gegangen, mitten im Pack. Das ist das, kann so keiner zählen. Bevor wir ins 100k Pack gehen, Fosho Pack auf Ehre, Bruder. Einfach Pelé ziehen. Einfach Pelé ziehen, ist doch... Ja, Lampe geht hoch. Ja, ja, ja. Was ist das? Was ist das? Quadardo? Okay, okay, okay. Fosho Pack. Ja, ja, ja. Ich sag euch ehrlich, 100k Packs haben bis jetzt gar nicht bei mir gegönnt. Aber jetzt, wir ziehen jetzt eine Legende. Erste Folge von ThisGuardGames muss so eine Legende dabei sein. Mit der Nase, mein Bruder. Wir gehen rein. Bitte, 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 gönn es ein. Come on, baby, bitte. Come on, baby. Ja! What? What? Was ist das? Bitte, wer ist das? Oh mein Gott! Ja, dann versichere mich mit, baby! Come on, sei was wert. Ich hab keine Ahnung von den Preisen. Aber das ist schön. Oh, yes! Das ist schön. Schön. Oh, und von Bindu 87er. Schuermen, oh, okay. Wir gucken gleich den Preis. Wir gucken gleich den Preis, mein Bruder. Bitte, Dumpfris, sei was wert. Sei was wert, mein Bruder. Unverteidiger, kranke Werte. Bitte, komm. Einfach was wert sein. Also, seine Preisspannung ist auf jeden Fall bis 500k. Bitte. Ja! Ja! Ja, komm! 95... Bäm! Kameras wieder ausgesangt. Yes, baby! 95k, nehmt ihr mit auf diesen Kanal. Es ist ganz, ganz wichtig. Ja! Wow! Was eine geile erste Folge von Discard Games. Danke, Brat, dass ihr zugeschaut habt. Danke, Big Mike. Ich danke dir. Es war mir eine Ehre. Ich küsse dein Herz. Danke für die geilen Spiele. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Schreibt geile Spiele rein. Und bei 100 Likes weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und dann kommt die nächste Folge von Discard Games. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.